Moin moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Wir sind gerade mit dem Livestream von Loot TV6. Wir haben gerade Multiplayer aufgemacht, die drei Kollegen mussten aber weg, so dass ich jetzt alleine weiterspiele. Wir sehen jetzt was hier los geht, oder was hier angeht. Deswegen habe ich mal YouTube getratet, was das YouTube gibt, dann ist auch mal eine extra Aufnahme. Wir sehen jetzt Runde 148. Ich habe gedacht, das ist eine extra Folge wert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das hinstellen soll. So, hier können wir noch was hinstellen. So, können wir hier noch einen hinstellen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. So, ich glaube nämlich, wir können jetzt einfach nur noch erstmal runterspielen hier. Dann kann mein Rechter hat auch ein bisschen zu gampen. Aber mal schauen. Ich lasse jetzt auch einfach weiterlaufen. Ich mache jetzt auch nichts mehr, weil... Für die, die im Livestream sind, nach der Folge oder nach der Runde, wenn sie verloren haben, wenn ich aufnahme, dann auf YouTube beendet. Mit euch hier im Livestream werde ich dann noch weiterquasseln. Dann. Vielleicht bist duัividades? Nice! Ja, mein Rechter muss ganz schön dran. Der muss jetzt einmal das Spiel berechnen, der muss meine YouTube-Aufnahme berechnen, plus den Livestream, aber gut. Ja, das Geld ist jetzt erstmal zweigültig. Äh, abgültig können wir auch noch machen, sehr schön. Also ich stehe nichts mehr. Mal gucken, wie viel Geld wir am Ende haben. Mal gucken mal, hier hinten steht noch alles voll. Also hier hinten. Bis da hinten waren wir noch gar nicht. Bis da hinten waren wir noch gar nicht. Bis da hinten waren wir noch gar nicht. Auch Stufenaufstieg, sehr schön. Guck mal, die kommen immer noch nicht hier aus dem Anfangsbereich. Guck mal, was hier noch alles steht. Ich weiß gar nicht, was das schönste Level ist, was hier so geht. Bei Irgendwann müssen wir doch dann auch durch sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass mein Rechter das nicht mag. Das ist schießt. Auf jeden Fall, was hier dran. Das ist schießt. Das war die Vendigung. Man könnte jetzt quasi hier 3,5 Millionen Oh, schon maximale Stufe Okay Oh, schon Irgendwann müsste das doch hier auch durch sein, oder? Ich mach mal einfach hier in der Zwischenzeit ein paar abquellen. Guck mal, was hier hinten noch alles steht. Ich mach jetzt! Achtung der Hauten haben wir schon mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also ich mach jetzt quasi seit fünf Sekunden nichts mehr an den, äh, so wie es jetzt steht, bleibt es auch stehen. Mal schauen, wie weit wir kommen, also ich kann es euch echt nicht sagen, keine Ahnung. Und einschneid und einschneid. Das war's für heute. So, aber jetzt können wir auch noch machen. So, wisst ihr was? Hier ist noch Platz für einen Affen. Okay. So, ich reiß mal hier kurz die Farm ab. So, ich reiß mal hier. Ich denke mal, die Fabrik brauchen wir hier nicht. Kann man hier unten auch mal ein bisschen was sehen. So, ich reiß mal hier. Die Updates machen wir dann gleich. So, ich reiß mal hier. Okay, so we have to update. So, ich reißen. So, ich reißen. Okay, so geht's. So, ich reißen. So, ich reißen. So, ich reißen. Ach komm, weiter geht's hier. Adieu! So, für YouTube mache ich jetzt mal eine Extra-Folge, deswegen sage ich Travel for Robin, tschüss.